Entwicklung, das ist das Thema meines Kanals. Ich erkläre euch in unterschiedlichsten Tutorialreihen und spannenden Videos zum Formieren, wie ihr eure eigenen Anwendungen und Webseiten schreibt. Dabei arbeite ich hauptsächlich mit Java und PHP, aber auch mit JavaScript, HTML, CSS und ein paar anderen Sprachen. Solltet ihr also Interesse am Formieren haben oder einfach mal schauen wollen, ob Formierung etwas für euch ist, dann schaut doch mal rein.